Bayer kündigt einen erheblichen Personalabbau in Deutschland an. In diesem Video erkläre ich dir, was da geplant ist, wie das umgesetzt wird, was das für dich als Arbeitnehmer bedeutet und gebe dir ganz konkrete Verhaltenstipps, wie du dich da in der nächsten Zeit positionieren solltest und was du vor allen Dingen unbedingt als allererstes machen solltest. Aber schauen wir uns zunächst einmal kurz an, was da geplant ist. Hier schreibt zum Beispiel der Spiegel, Bayer kündigt erheblichen Personalabbau in Deutschland an, die Verwaltung soll verschlankt werden, Entscheidungsprozesse beschleunigt und Managementfunktionen durchleuchtet werden. Gut, dieses ganze BWL-Sprech jetzt mal da mal so ein bisschen dahingestellt, aber es geht um einen erheblichen Personalabbau in Deutschland, hat das Unternehmen selber gesagt. Oft versuchen die das ja so ein bisschen zu verschleiern, in dem Fall haben die das ganz offen gesagt. Es gibt schon eine Verständigung zwischen Konzernvorstand und Arbeitnehmervertretung. Ab Ende 2026 sind auch betriebsbedingte Kündigungen möglich. Bis Ende 2025 hatten wir ja eine Beschäftigungssicherung, die wurde jetzt nochmal um ein Jahr verlängert. Da hatte ich ja schon mal ein Video zu gemacht, ja. Und Bayer will dann entsprechend lukrative Angebote über Abfindungen und sogenannte Unterstützungsmaßnahmen, also das sind dann ja häufig irgendwelche Transfergesellschaften, Qualifizierungsgesellschaften und ähnliches, will hier schneller zum Ziel kommen. Das soll in den kommenden Monaten zügig umgesetzt werden und bis spätestens Ende 2025 schon abgeschlossen sein. Wenn man es so eilig hat, dann ist das ja quasi nur über entsprechende Anreize an die Arbeitnehmer zu schaffen, die so lukrativ sind, dass die Arbeitnehmer sagen, okay, ich gehe freiwillig. Aber da darf man sich nicht täuschen, auch in solchen Fällen wird häufig vom Arbeitgeber erheblicher Druck aufgebaut. Das kann passieren durch so Windhundprinzipien, ja, dass man sagt, also wer so schnell wie möglich zugreift, so und so viele Leute, bekommt das und das und danach, die haben eben Pech gehabt. Davon würde ich mich überhaupt nicht beeindrucken lassen, ja. Aber je nachdem, wie lukrativ die Angebote sind und wie schnell jemand sagt, dass er einen neuen Job findet, ja, wie schnell man einschätzt, dass man auf dem Markt was Neues findet, dann entsteht manchmal dadurch doch ein gewisser Druck. In der Vergangenheit hat Bayer das häufig über Rentenlösungen gemacht, für Leute, die jetzt schon im Bereich des Rentenalters waren oder über dann für die jüngeren Leute über entsprechend hohe Abfindungszahlungen. Hier MSN berichtet, MSN.com berichtet hier von lukrativen Abfindungshöhen von maximal 63 Monatsgehältern und entsprechenden Zulagen. Also ich sage mal, das sind natürlich jetzt relativ schwer überprüfbare Werte. Grundsätzlich, auch aus meiner Erfahrung, sind solche Konzerne immer gut dabei, ja, wenn es jetzt um die Höhe der Angebote geht. Also das ist wirklich immer sehr, sehr lukrativ. Trotzdem sollte man als Arbeitnehmer natürlich aufpassen, dass man hier nicht Geld verschenkt. Denn zu viel kann es ja nie sein. Aber es ist immer wieder zu erleben, dass Arbeitnehmer, die vorzeitig und überhastet einen Aufregungsvertrag unterschreiben, es hinterher bereuen. Das sind manchmal so simple Sachen, wie dass man den Inhalt des Zeugnisses nicht mitgeregelt hat, aber auch so Sachen, dass man unterschrieben hat und plötzlich merkt, der Kollege, der sich vielleicht einen Spezialisten genommen hat, ja, zum Beispiel mich, ja, der kriegt nachher mehr, ja. Also das sind durchaus Dinge, die man berücksichtigen sollte. Das heißt, auch hier warne ich davor, vorschnell eine Unterschrift zu leisten. Du möchtest nicht auf Geld verzichten. Du möchtest sicher nicht unbedingt eine Sperrzeit beim Bezug von Arbeitslosengeld, es sei denn, du hast direkt einen Anschlussjob, ja, und du möchtest höchstwahrscheinlich auch keine Anrechnung deiner Abfindung auf das Arbeitslosengeld. Also das ist genau das, was wir zum Beispiel immer machen. Wir optimieren die Aufhebungsverträge so, dass sie keine Sperrzeiten nach sich ziehen, keine Anrechnung nach sich ziehen, dass alle Punkte auch wirklich geregelt sind. Und natürlich die Abfindung, die schrauben wir in die Höhe und die Länge der bezahlten Freistellung. Das sind so im Wesentlichen die Dinge, die da man daran dreht. Und hier ist halt wichtig, dass man so früh wie möglich loslegt mit den Verhandlungen, damit es, falls es wirklich limitierte Deals sind, ja, also wenn jetzt nur so und so viele Stellen zu den und den Konditionen abgebaut werden, dass man dann frühzeitig verhandelt. Ich würde immer verhandeln. Warum denn nicht? Ob man nachher den Deal macht oder nicht, das kann man dann immer noch sehen, ja. Das würde man natürlich nur machen, wenn er einem richtig gut gefällt. Aber warum nicht es versuchen? Gerade in großen Konzernen bricht man sich damit kein Ab. Da wird einem auch nicht irgendwie negativ angekreidet, dass man mal über eine Abfindung verhandelt hat. Selbst wenn man dann im Unternehmen bleibt, man hat dann gezeigt, grundsätzlich ist man bereit und vielleicht ist man dann in der nächsten Runde mit besseren Konditionen dabei. Warnen muss ich eben vor vorschneller Unterzeichnung ohne Beratung, warnen vor Druck, den der Arbeitgeber ausübt. Es gibt keinen Anspruch auf eine Unterschrift, du musst nichts unterschreiben, ja. Aber auch davor, dass der Arbeitgeber ihr Kündigungsgründe sucht, um damit Druck aufzubauen. Das erlebe ich auch immer wieder, dass in Unternehmen, in denen sowieso Stellen abgebaut werden, die Arbeitgeber auch mal gucken, ob es nicht irgendwelche Kündigungsgründe gibt und dann über die Kündigung, zum Beispiel wegen langandauernder Erkrankung oder wegen irgendwelcher Fehler bei häufiger Abmahnung oder wegen Arbeitszeitbetrugs oder Abrechnungsbetrugs, dass darüber dann die Position des Arbeitgebers deutlich verbessert wird. In all diesen Situationen wird es dazu führen, dass Arbeitnehmer am Ende weniger bekommen, ja. Also stell dich so auf, dass du nicht angreifbar bist, dass du wirklich locker verhandeln kannst, dass du deinen Kündigungsschutz nicht verschlechterst oder irgendwie gefährdest und dadurch nachher weniger bekommst. Und nun zu einer Sache, die man sofort machen sollte. In dem Moment, wo der Arbeitgeber einen Aufhebungsvertrag vorliegt, greift eine Rechtsschutzversicherung. Einzige Voraussetzung, du musst eine haben. Du musst eine haben, die Arbeitsrecht abdeckt. Du musst die Wartezeit erledigt haben. Die sind zwischen drei und sechs Monaten. Und du musst die Beiträge bezahlt haben, ja. Und da sollte man deswegen jetzt in so einer Situation das unbedingt nochmal checken. Ist die Arbeitsrechtsschutzversicherung da und habe ich meine Beiträge bezahlt? Dann kann man in dem Moment, wo der Arbeitgeber den Aufhebungsvertrag vorlegt oder anbietet, zum Anwalt. Uns kannst du deutschlandweit kostenlos und unverbindlich kontaktieren. Die Angelegenheit mit uns besprechen. Was können wir tun, wenn du keine Rechtsschutzversicherung hast? Natürlich auch, ja. Dann reden wir über die Kosten. Fast immer, erst recht bei so lukrativen Konditionen, lohnt es sich, auch wenn man keine Rechtsschutzversicherung hat, einen Anwalt dazu zu nehmen. Denn die Vorteile, die man erzielen kann, überwiegen bei Weitem die Nachteile. Die Rechnung, die man bekommt, die kann man letztendlich von der Steuer absetzen. Während die Abfindungszahlungen, die man mehr rausholt, die sind sozialabgabenfrei. Da bleibt eigentlich deutlich mehr netto übrig. Nicht eigentlich, streiche eigentlich. Ja, da bleibt immer deutlich mehr netto übrig vom Brutto als bei deinem ganz normalen Arbeitsentgelt. Das ist also wirklich eine Win-Win-Situation für dich, wenn du alles richtig machst. Nur wenn du vielleicht an irgendeiner Stelle dich nicht optimal verhältst, dann kann es sein, dass du Geld, Zeit und Freude verschenkst. Weil, wenn ich eins immer wieder beobachte, ist, dass Leute, die das nicht professionell machen, sich hinterher ärgern. Ich höre sehr häufig, wenn ich irgendwo auf Partys bin oder mich mit Leuten unterhalte, Mensch, hätte ich dich damals schon gekannt. Ja, weil die merken, wenn sie mit mir über das Thema reden, dass sie vielleicht da etwas mehr hätten rausholen können. Ganz zu schweigen von den Fällen, wo eindeutig Fehler gemacht wurden und wirklich eine Menge Geld verschenkt wurde. Falls du konkrete Fragen hast zum Thema, kannst du die in die Kommentare stellen. Wenn du aber im Unternehmen arbeitest, dann solltest du das unbedingt anonym machen.